hallo und herzlich willkommen bei virtual shoes und einer neuen folge man mag es nicht glauben ach du scheißvieh greifst mich auch an neuer folge conan die sind wenigstens nicht ganz so stark wir sind weit ab im norden weit ab ist gut und versuchen hier ein bisschen das gebiet zu erkunden also bleibt dran es sind echt üble gegner echt übel da braucht man nicht schön reden aber sich hier niederlassen und das hätte was das war eine hütte das heißt das gebiet wird nicht ungewohnt sein so hier haben wir wieder unsere alten bauten auch bewacht also ich hier allein schon durch prügeln gottes willen ich will noch schnee sehen und da geht es nämlich auch rüber wo sind wir denn jetzt hier sind wir ja ich gehe da unten lang shit wie cool das hier aussieht ganz ehrlich mega der große damm den haben wir gefunden ist kalt vielleicht doch lieber oben lang ja da denkst du mal die aus der wüste sind hartgesotten ne hier im norden da geht es erst richtig ab ok das war wohl nix versuchen wir hier nochmal hoch zu kommen gut dass es klettern eingeführt haben mal ganz ehrlich was sind das denn für dinger hast du nämlich karges land also hier hast du fast nur stein aber für diese bauten die du da machen kannst hier haben wir hier so richtig stahltüren die sind richtig teuer die sind richtig teuer so da ist ein schneegebiet da drüben ist eine brücke die brücke wird garantiert nicht unbewacht sein gucken wir erstmal von hier oben runter schon wieder am hungern guck dir das doch mal an halb gefroren der see so bist du irgendwas besonderes bist du eis ne nur stein so temperaturen sind hier normal da ist auch das dorf und was wir von hier für den blick haben ist aber knapp da drüben bauen jetzt wird bestimmt übel ja das sieht zu hoch aus also hier sind so eine dumme ziege da haben wir ein lager ich versuche mal immer weiter nach vorne vor zu dringen aber die brücke wird wahrscheinlich nicht echt unüberwacht sein da habe ich meine zweifel ob wir da rüber kommen ein toter baum da unten haben wir ein völkchen hier sind wir auch nicht gut ausgestattet hier haben wir nichts das ist das problem nicht gucken wo man hingeht so hier haben wir wieder eine wache die ist aber halb kaputt ist das ein monster das kannst du ja nicht kaputt machen ja hier sind wir jetzt da ist noch mal ein fluss versuchen wir noch mal ein bisschen nach da zu schlagen wo guckt ihr es mal an hier ist nix eiskalt drei das ist mein sound weg aber ihr habt noch wahrscheinlich aber hier haben wir auf jeden fall holz kein eisen kein gar nix bist du ein vieh bist du ein vieh ja fraglich was machen wir jetzt trinken wir noch mal einen schluck ein heftiges gebiet aber weit darüber da so hin die brücke an sich braucht man ja nicht da ich lauf mal lieber hier oben lang ja sie wird mich hoffentlich nicht auch angreifen und halb tot machen das ist das dann ne da komme ich hier irgendwie heil runter da komme ich hier irgendwie heil runter da kannst du nicht machen keine ausdauer da ist irgendwie das schmiert ganz schön ich weiß nicht ob er da vielleicht einfach nicht hinterher kommt ne Oh, mit Schneefall, wie krass ist das denn? Schneesturm. Aber, der geht entgegengesetzt, hier lasse ich mich nieder. Lässt er mich nicht? Muss ich echt so eine Platte bauen erst mal. Das hat sich auch ein bisschen verändert, aber der braucht jetzt überall Harz. Isoliertes Holzfundament, das ist alles neu. Aber wo kriegt man denn mit der Harz her? Eisenkohlepfanne. Vielleicht hilft die ein bisschen gegen die Kälte. Alles ein bisschen durcheinander jetzt hier. Ist billiger geworden auf jeden Fall. Lassen wir natürlich an. Ah, das gibt direkt Harz. Sehr gut. Also, das kommt direkt von hier. Da brauchen wir halt so einen Holzmacher erstmal wieder. Der war bestimmt nicht billig. Gute Frage, wo der ist. Hier kommen wir ja gar nicht erst mal gegen an. Ich brauche Stein. Üble Gegend sage ich euch. Wir müssen schon mal einen hier machen. Das hätten sie mal wenigstens ändern können. Mal ganz ehrlich. So, das ist alles ein bisschen langsamer geworden. Ich kann nicht mehr gehen. Aber wo ist denn die isolierte Kacke hier? Sonst erfrierst du ja auf Dauer. So. Wo setzen wir denn an? Ich würde einfach mal sagen, hier. So. Jetzt kann ich hoffentlich die Kiste hinstellen. So. Alles teure schwere weg. Seil brauchen wir auch erstmal nicht. Man sieht das hier. Ach wohl. Das hier müsste ich mal reparieren. So. Kannst du auch erstmal weg. Liegt alles ganz schön. Der Schrott. Ich hoffe, ich habe es nicht gegessen. Die Kiste ist voll. So. Was wiegst du? Gewicht 2. So. Das wiegt auch bestimmt auch nichts im Verhältnis. 0,05. So. Denn was müssen wir farmen? Für den Holzmacher. Um hier wenigstens das hier bauen zu können. Hier formen wir ganz ab. Erstmal eine Kiste, würde ich mal sagen. Die meine ich. Flachs. Ich glaube, mir hackts. Mehr nicht. Wir sind echt hier. Das ist eine üble Gegend. Aber noch haben wir alles da, was wir brauchen. Rein theoretisch. So. Noch überleben, Bayer. Bist du? Bett. Darin werden wir ihn nicht verwecken. So. Gutes. Hier sind wir relativ erstmal in Ruhe. Dass wir uns hier ein kleines Heim aufbauen können. Aber ist alles nicht so einfach. So. Jede Menge Holz. Und das kommt. Und das kommt. Das ist auch lustiges Feedback. Äh lustiger. Ja toter Wings. Da kommt kein Harz raus. Ist klar. Aber so viel Harz brauche ich erstmal nicht mehr. hier. So. Lass mir alles fällen. Wie viel haben wir? 1, 2, 400 auf jeden Fall. Jetzt führen uns noch die Fasern weiter. So. Dann sollte ich genug haben. Für die Kiste. Und hierfür braucht man. Genau. Oh. Guck mal. Ich verhung doch schon wieder fast. So. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Stein. Komm. Wo kriegen wir später das Eisen her? Ist denn wieder so eine Sache? rein theoretisch habe ich jetzt alles dafür da. Läuft. So. Aber jetzt mache ich hier einen kleinen Break. Ich muss mir überlegen ob ich wirklich hier bleibe. Oder ob ich noch ein bisschen weiter gehe. Weil in die Nähe von Eisen ist das nämlich wichtig. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Deswegen danke fürs Zusehen und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.